Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir ganz kurz aufräumen. Wir haben letztes Mal WordPress auf vier, beziehungsweise auf drei Containern hier, auf drei virtuellen Maschinen oder drei Maschinen generell verteilt und heute wollen wir einfach nur wieder aufräumen. Das heißt, wir versuchen erstmal alles zu, naja, zu löschen. Ich fange mal so an, das ist die erste Aufräumarbeit. Okay, also wir wollen zunächst einmal, dass der Stack wieder runtergenommen wird, dass die Seite quasi nicht mehr erreichbar ist. Das machen wir, indem wir hier sagen, sudo docker stack rm und dann sagen wir dem hier, wie wir das ganze Ding genannt haben. Bei uns hieß das WordPress und dann wird das einfach beendet. So, das Netzwerk ist jetzt auch weg. Das heißt, es läuft auch kein Container mehr in diesem Sinne. Das heißt, wir sagen hier sudo docker ps mal. Ja, wir sehen hier nichts da. Okay, sehr gut. Das ist der erste Schritt. Jetzt wollen wir natürlich aber auch den Schwarm verlassen und das machen wir erstmal bei den Maschinen. Okay, also fangen wir an mit der ersten virtuellen Maschine, die den Schwarm verlassen soll. sudo docker machine ssh und zwar myvm 1, ups, 1, 3, 3, 7. Die soll den Schwarm verlassen. Das heißt, wir sagen docker swarm leave. Cool. Ja, das ist das erste. Node left the swarm und dann machen wir dasselbe natürlich noch für die Node 42. Auch weg. Wunderbar. Und jetzt natürlich noch auf unserem Hauptsystem. Das heißt, sudo docker swarm leave. Achtung, bei eurem Hauptnode immer minus minus force eingeben, denn ansonsten funktioniert das Ganze nicht und oder minus f geht auch. Also das ist beides dasselbe. Dadurch löscht ihr quasi den Swarm auch dann, weil das der Haupt, der Manager im Endeffekt ist. Das heißt, wir müssen ihn hier forcen. Warum müssen wir hier kein SSH verwenden? Naja, weil wir auf keiner virtuellen Maschine sind. Sprich, wir brauchen das einfach tatsächlich hier nicht, weil wir diesen Hauptnode hier verlassen oder mit diesem Hauptnode verlassen wollen. Gut. Nächster Schritt. Wir räumen die virtuellen Maschinen auf. Das heißt sudo docker machine ls. Wir gucken mal, was haben wir denn hier? Einmal myvm 42, einmal myvm 1337. Dass die den Swarm verlassen haben, hat überhaupt keine Auswirkung darauf, dass die hier plötzlich nicht mehr irgendwie da sein könnten oder so. Also das sind quasi virtuelle Maschinen. Die sind eigenständig wie, naja, ein System eben ist. Also, was wollen wir machen? Wir wollen hier alle virtuellen Maschinen erstmal beenden. Das heißt sudo docker machine stop. Und zwar wollen wir alle virtuellen Maschinen beenden. Das heißt, wir machen das Ganze mit einem kleinen Bash-Skript. sudo docker docker machine, ach komm schon. Okay, keine Autokorrektur diesmal. ls-q-q liefert euch mal wieder bloß die ID zurück. Das heißt, wir beenden sozusagen alle virtuellen Maschinen, die hier bei ls-q rauskommen. Und das sind dann eben myvm 42 und myvm 1337. Gut, dauert ein bisschen. Ähm, ja, komm. Okay. Nummer 1 ist beendet. Nummer 2 ist auch beendet. Das ist quasi wie runterfahren von einem richtigen System. Ihr seht, das Ganze geht ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das war quasi euer Testsystem, das wir jetzt gerade hier wieder beenden wollen. Und anschließend wollen wir die natürlich auch loswerden. Das heißt, die sind immer noch da. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ähm, die sind immer noch vorhanden. Also myvm 1337 und myvm 42, die sind zwar noch da, aber sie laufen halt einfach nicht mehr. Sie sind, ähm, stopped. Beide. Und deswegen, wir wollen sie natürlich auch noch loswerden. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen sie auch noch löschen, indem wir RM eingeben, remove. Und ja, wir wollen beide löschen. Dann ist aufgeräumt wieder. Dann ist richtig aufgeräumt. Und ihr habt wieder euer altes System zurück, ohne irgendwelchen komischen, lästigen, virtuellen Maschinenkram hier, der noch übrig ist. Genau. Und das war es im Endeffekt auch schon. Ähm, so habt ihr jetzt wieder euer normales System zur Verfügung. Ich will euch nächstes Mal noch eine Kleinigkeit zeigen, wie ihr quasi noch was verbessern könnt. Also, darüber hinaus verbessern könnt. Und ja, das war es von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.